Nein, der Aufzug wurde modernisiert. Aufzug fährt abwärts. Da ist ein kleiner Fehler. Der fährt nicht mehr abwärts. Wir sind schon abwärts. Vordere Tür schließen. Punkt greifen. Stoppwerk 2. Vordere Tür erfüllt. Punkt greifen. Vordere Tür schließen. Aufzug fährt abwärts. Vordere Tür schließen. Vordere Tür schließt. Vordere Tür schließen. Vordere Tür schluss. Und der Schuss. Vordere Tür öffnet. Aufzug fährt aufwärts. Vordere Tür schließen. Vordere Tür schließen. Eingang. Vordere Tür öffnen. Aufzug fährt aufwärts. Vordere Tür schließen. Stoppwerk 2. Vordere Tür öffnen. Vordere Tür schließen. Stoppwerk 1. Vordere Tür öffnen. Aufzug fährt abwärts. Vordere Tür schließen. Beide. Vordere Tür öffnen. Aufzug fährt anwärts. Vordere Tür schließen. Untergeschoss Vorderen Türen öffnen Vorderen Türen schließen Vorderen Türen öffnen Aufzug fährt aufwärts Vorderen Türen schließen Vorderen Türen Aufzug wurde organisiert.